Bevor wir anfangen, muss ich allerdings noch jemanden vorstellen. Oh. I must have gone further into orbit than I thought. I must have gone further into orbit than I thought. Wir werden jetzt gleich probieren, unsere Gatter zu programmieren und zwar auf verschiedene Art und Weise. Zunächst mal ganz normal und dann aber auch mit Tensorarithmetik und das Ganze natürlich in unserer schönen Programmierungssprache Julia. Viel Spaß. Gut, dann wollen wir mal unser Orgay richtig implementieren. Ich mache das hier als Beispiel mal in Julia. Das hat den Vorteil, dass das vermutlich für alle von Ihnen neu ist, aber Sie dürfen das gerne in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache mit- oder nachprogrammieren. Das ist vielleicht sogar besser, als wenn Sie das einfach abschreiben. Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen als erstes die Trainingsdaten. Üblicherweise im Machine Learning gibt man die Trainingsdaten als Tensor vor, als mehrdimensionales Array. Ich schreibe das mal so, dass jede Spalte von meinem Array ein Muster des Ors ist. Man könnte es auch andersrum machen, aber so ist es üblicher. Sagen wir mal so. Ja, das heißt, ich muss spaltenweise das hinschreiben. Ich kann zum Beispiel schreiben 0, 0, 1, 1 und in der zweiten Zeile 0, 1, 0, 1. Ja, das gibt mir ein zweidimensionales Array hier mit 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, die vier Muster. Dann brauche ich auch als Teil des Trainingsdatensatzes den Teaching Input. Also was soll in jener Spalte rauskommen? Ich schreibe das mal auch als Zeilenvektor hin, dass die Werte nachher genau da drunter stehen. Also wenn es ein Oder ist, dann soll dann 0, 1, 1, 1, 1 rauskommen. Ja, passt. Dann brauchen wir unsere Gewichte. Die initialisiere ich einfach mit Zufallszahlen. Ja, das sind normal verteilte Zufallszahlen. Und wir brauchen unsere Aktivierungsfunktion, die uns die Stufe von 0 nach 1 nachbaut. Da können wir einfach die normale Sigmoidfunktion, die logistische Funktion verwenden. Die geht wie 1 durch 1 plus e hoch minus x. Okay, und ich plotte sie gleich mal, dass man sieht, wie sie aussieht. Ich nehme Plotly als Backend hier, weil das so ein bisschen Interaktivität reinbringt. Da ich ja eh im Browser bin, kann ich das auch gleich machen. Genau, also das ist unsere Funktion. Sie sehen, so ganz ideal sieht sie nicht aus. Eigentlich brauchen wir ja eine Stufe, die zwischen 0 und 1 hier nach oben geht. Und nicht zwischen minus 4 und plus 4. Ja, aber das ist eben die normale Sigmoidfunktion, so wie sie auch in jedem Framework und überall drin ist. Wir probieren es einfach mal mit der, würde ich sagen. So, jetzt brauchen wir die Forwardfunktion. Das ist die Funktion, die uns ausrechnet, den Output ausrechnet für einen bestimmten Input. Ja, das x ist jetzt einfach ein Pattern x, also ein Vektor aus zwei Werten, e1 und e2. Und da soll o hinten rauskommen. Und wie berechnen wir das? Na nun, logisch, oder? Das ist x1 mal w1 plus x2 mal w2. Und das Ganze geht als Input in unsere Sigmoide-Funktion, in unsere Logistik-Funktion rein. Eine Forwardfunktion definiert. Die können wir jetzt mal ausprobieren. Ja, Forward mit der ersten Spalte meines Vektors. Ja, mit x der Extreme. Die erste Spalte, da kommt 0,5 aus. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, weil die erste Spalte ist 0,0. 0 mal w plus 0 mal w ist 0. Der Funktionswert der Sigmoid-Funktion an der Stelle 0 ist 0,5. Passt. Wenn wir die 2 nehmen, dann kommen irgendwelche anderen zufälligen Zahlen heraus, weil die w sind ja zufällig gewählt. Also die Zahlen haben gar nichts zu bedeuten, die da jetzt rauskommen. Es ist noch nicht trainiert. Ich mache mir noch eine zweite Helfer-Funktion hier. Und zwar möchte ich einfach gucken, was kommt denn raus, dass ich hier nicht viermal Forward machen muss, sondern dass ich das auf einmal berechnen kann. Ich nenne die Funktion mal Predict. Und brauche für die Predict-Funktion keinen Nuss. Aber ich gehe hier über jeden Spaltenindex meines Arrays x. Deshalb habe ich hier ein großes x genommen, um zu zeigen, dass das ein Pensor ist, ein mehrdimensionales Array ist. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, der Output für meine erste Spalte, der ist Forward die erste Spalte, also x zu Punkt Komma i. Die i-te Spalte ist natürlich nicht die erste. Und meine Gewichte. Das ist mein Vorwurf. Und jetzt will ich das ausgeben. Da gibt es die nette Printline-Funktion bei Julia, die so ähnlich die Syntax, die sich die Syntax so ein bisschen abgeguckt hat von der Bash. Pattern Dollar i. Ich kann also Variable interpolieren mit dieser Dollar-Syntax. Und ich kann Ausdrücke interpolieren mit der Dollar-Runde-Klammer-Syntax. Eben wie in der Bash. x.i, das ist jetzt wieder die i-te Spalte. Und das gibt den Output. Oh, da kann man sehr schön intuitiv hinschreiben. Mal gucken. Okay, akzeptiert. Jetzt prädikten wir mal unser ganzes x. Und wir sehen jetzt für alle vier Pattern den Output. Für 0 war es die 0,5 und hier die drei anderen zufälligen Zahlen. So, das war eine Helfer-Funktion. Jetzt kommt das eigentlich Wichtige, nämlich das Training. Also hier habe ich Ihnen nochmal aufgeschrieben, wie unsere Delta-Regel aussieht. Und das geht jetzt genauso. Ich nehme eine Funktion, definiere eine Funktion Train. Sie sehen, ich definiere die hier wieder etwas in der ausführlichen Schreibweise. Also, die bekommt als Parameter meine x-Matrix, meinen y-Vektor, die Gewichte und die Landrate. Die Landrate Eta. So, dann gehe ich wieder über jedes Pattern, also über jede Spalte. Und ich ziehe mir jetzt als erstes mal x und y raus, damit ich das schöner und einfacher nachher hinschreiben kann. Und muss jetzt eben wieder berechnen, den Output. Das ist wieder Forward. War das x und w. Jetzt brauche ich mein Delta. Das ist der T'schen Input minus der Output, also y minus o. Und ich kann auch noch mein Loss berechnen. Da ist einfach der Loss plus der neue Loss. Und das ist das Quadrat vom Delta. Das könnte ich jetzt als Delta mal Delta hinschreiben. Etwas eleganter ist es, hier die UPS2-Funktion dafür zu nehmen. Das ist ein numerisch stabiles Quadrat. Gibt es in jeder Programmiersprache, in jeder numerischen Bibliothek, gibt es eine UPS2-Funktion, die erstens sehr schnell und zweitens numerisch stabilen Quadrat berechnen. Okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um meine Delta Ws zu berechnen. Delta W1. Das Delta W ist mit Nullen initialisiert. Das ist jetzt hier oben. Der Loss war mit Null initialisiert und Delta W ist auch mit Nullen. Also Delta W1. Und jetzt kommt meine Delta-Regel. Also das ist die Lammrate Eta mal Delta mal meinem X1. Und jetzt muss ich nur noch mein W aktualisieren. Da schreibe ich einfach W Punkt-Plus-Gleich-Delta W. Ja, W Punkt-Gleich-Delta W bedeutet eben dazu addiert. Es sind hier Vektoren und mit dem Punkt gebe ich nochmal explizit an, dass ich das elementweise haben will. Wäre im Prinzip nicht nötig an der Stelle, weil Vektoren werden immer elementweise addiert. Aber so ist es ganz klar, was gemeint ist. Und dann gebe ich das neue W zurück, weil das ist das, was ich nach dem Training brauche. Das Training macht mir einen neuen Vektor mit Gewichten und den muss ich abspeichern. Deshalb gebe ich mir das neue W nachher wieder raus. Okay, eine Funktion. Jetzt können wir trainieren. Ja, ich definiere ein Eta. Ich habe das schon mal mit 0,1 hier hingeschrieben und sage, jetzt will ich meine Ws überschreiben mit meiner Train-Funktion. Und die bekommt XtAn mit, die bekommt Ytrain mit, die kommt die alten Ws mit und die bekommt mein Eta mit auf dem Weg. Und jetzt sage ich noch ein Predict, damit ich das Ergebnis sehe vom Training. und Predict kriegt wieder mein Xtrain mit und mein W. So, sollen wir mal eine Runde trainieren? Wir trainieren mal eine Runde und schauen, was passiert. Zack. Irgendwelche Zahlen. Ja, das ist noch nicht trainiert. Wir trainieren mal weiter. Ja, irgendwie verändern sich die Zahlen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Sie verändern sich auch in die richtige Richtung. Es rauskommen muss ja 0,1,1. Oder geht da. Sie sehen, die drei letzten gehen Richtung 1. Die gehen langsam, aber sicher immer mehr Richtung 1. Die erste auch nicht, 0,5 nicht. Das ist auch nicht verwunderlich. Ja, und weil da ja 0 reinkommt, kommen und 0 machen nichts. Das ist also, das ist nicht verwunderlich, ist aber schlecht. Also so richtig funktionieren tut unser neuronales Netz nicht. Hm. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist so eine verblüffende Geschichte an künstlichen neuronalen Netzen. Man hat nichts falsch gemacht. Und es ist trotzdem, es funktioniert trotzdem nicht. Ja, worum ist hier? Ja, diese Funktion, die sieht für das Problem nicht gut aus. Ja, das müssen wir ändern. Das können wir aber relativ leicht ändern. Ich kann nämlich einfach zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich will das Ding steiler haben. Okay. Dann teile ich mein x einfach immer durch 0,1 zum Beispiel. Mal gucken. Das sieht doch schon besser aus. Ja, das ist eine Stufe, die verdient auch die Namensstufe. Jetzt haben wir noch ein Problem, nämlich die Stufe geht hier um die 0 rum. Eigentlich möchte ich das zwischen 0 und 1 haben. Kriegen wir das auch hin? Ja, logisch kriegen wir das hin. Wir müssen nur von unserem x 0,5 abziehen. Dann verschieben wir quasi die ganze Kurve einfach um 0,5 nach rechts. Und voilà, da sind wir. Wir haben jetzt eine Stufe, die hat bei 0 noch 0 und bei 1 hat sie schon fast 1. Also jetzt mache ich mal neue Zufallswerte für W. Jetzt probieren wir nochmal zu trainieren. Probieren wir. Achtung. Ja, 0,0,1,0. Stimmt noch nicht. Mal so 0,0,1,1, 0,0,1,0. Immer noch 0,0,1,0. Ja, aber es kommt. Es kommt. Es kommt. Ja, sehen Sie, was ich meine? Es kommt. 0,0,1,1,1 geht nicht exakt auf die 1, aber so gut wie. Jetzt funktioniert es. Sie sehen also, es macht Sinn, sich Gedanken über die Form der Aktivierung zu machen. Wenn man das nicht macht, dann geht es schief. Wenn man es macht, dann trainiert das Ding tatsächlich. Und wir sehen jetzt, das neuronale Netz kann jetzt tatsächlich ein oder lernen. Probieren wir mal uns zu lernen. Und würde heißen, dass wir unseren Teaching Input ändern. Ja, Y-Train ist jetzt nur noch 1, nur noch im letzten Fall 1 und sonst immer 0. Wir haben unsere Funktion angepasst. Das sollte eigentlich gehen. Ich initialisiere nochmal neu. Jetzt trainieren wir nochmal und gucken, ob wir nicht auch ein und lernen können. Da müsste jetzt 0,0,0,1 rauskommen. Das ist doch Unfug, Unfug. Aber ich mache das mal ein paar Mal. Ja, wir sehen, dreimal eine sehr kleine Zahl und dann einmal eine große Zahl. Ja, also ist nicht ganz perfekt 0,0,0,1, aber ist zumindest ein deutlicher Unterschied zwischen der kleinen Zahl und der großen Zahl. Jo. So weit, so gut. Eine Sache fehlt jetzt noch. Die muss ich Ihnen auch noch zeigen. Und zwar die Geschichte mit dem sogenannten Bias. Das haben Sie vielleicht schon gehört, wenn Sie es schon mal mit neuronalen Netzen zu tun hatten. Ich mache mal als erstes hier wieder ein oder draus. So. Und zwar dieses Rumbasteln an der Aktivierungsfunktion. Das ist etwas nicht so richtig Schönes. Also das mit der Steilheit, das ist vielleicht noch okay. Aber die Geschichte hier mit dem x-0,5. Das können wir hier machen, weil wir wissen, wie groß diese 0,5 sein muss. In einem großen neuronalen Netz, wo ja diese Funktion auf viele Neuronen angewendet wird, da können wir nicht mehr wirklich sagen, wie groß diese Zahl, diese Verschiebung sein muss. Und das ist eine reine Raderei, die ins Blaue geht. Das heißt, dafür müssen wir irgendwie eine Alternative finden. Und dafür gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung, die sogar in der neuronalen Netzdenkweise perfekt sich umsetzen lässt. Und zwar füge ich dazu sogenannte Bias-Neurone ein. Das heißt, ich schreibe mir hier noch ein zusätzliches Neuron hin. Dieses Neuron, das soll immer leuchten. Das soll immer feuern mit 1,0. Ich bekomme gar keinen Input, weil das immer 1,0 ist. Und dieses Neuron, das verbinde ich jetzt auch mit meinem Output-Neuron. Und nenne dieses Gewicht W3, das nenne ich das Bias-Gewicht. Das ist aber ein ganz normales Gewicht. Und das kann ich auch ganz normal trainieren, so wie man jedes Gewicht trainieren kann. Ja, also ich hole mal mein Code wieder. So, jetzt versuchen wir das mal hier einzubauen. Wir brauchen drei Gewichte. Und wir initialisieren das Bias-Gewicht mit 0. Das ist einfach, hat sich gezeigt, ist erfahrungswert. Ja, es hat sich gezeigt, dass ein Bias mit 0 initialisiert, schneller trainiert, als wenn man da andere Zufallstunden hat. Im Prinzip ist das egal. Okay. Wo müssen wir das jetzt überall ändern? Ja, wir müssen unsere Vorwort-Funktion, den Wert für den Output berechnen. Das mal das, plus das mal das, plus, das ist der Unterschied, W3, unser Bias-Gewicht, mal 1,0. Naja, die können wir weglassen. Also plus W3. Okay, wir haben eine neue Vorwort-Funktion. Funktioniert noch. Ja, 0 gibt es nicht als Index. Okay. 0,5. Genau. Okay. Dann, das heißt, wir haben jetzt hier dieses Minus 0,5, das hier steht. Das haben wir hier hinten hingeschrieben als Bias. Im Prinzip, die Größe dieses Gewichtes ist das, was nachher hier als Minus 0,5 steht. Das Schöne ist, wir können das für alle Neuronen machen und bekommen dann für jedes Neuron hier eine Extraverschiebung sozusagen. Ja, der ist in der Lage, für jedes Neuron die Verschiebung individuell anzupassen. Das müssen wir aber machen. Ja, also vorwärts haben wir gerechnet. Predict bleibt gleich. Train wird anders, weil jetzt müssen wir unseren Bias auch noch trainieren. Also Delta W3, aber das ist ganz einfach. Das machen wir nämlich genauso wie die anderen auch. Also Eta mal Delta mal der Input da oben. 1,0 die Töne wieder weglassen. Also Eta mal Delta. Jetzt haben wir auch unser Bias-Gewicht trainiert. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Ich sollte vielleicht jetzt Folgendes machen. Ich mache mein Predict. Schreibe ich noch hin in Return W. Damit wir die drei Gewichte sehen. W1, W2 und das Bias. Bias ist 0. Damit wir das jedes Mal auch noch sehen. Ups. Irgendwo haben wir ein Problem. Ja, hier haben wir ein Problem. Wir müssen eigentlich hier jetzt auch Delta W mit drei Werten initialisieren. Und so, genau. Gucken wir mal, was wir für ein Oder kriegen. Wir kriegen nicht ganz 0,11, aber fast 0,11. Sehr schön. Und Sie sehen ein Bias von minus 0,21. Vorher hatten wir ein Bias von minus 0,5 eingestellt. Jetzt haben wir ein Bias von minus 0,21, was das neuronale Netz selbst findet. Also diese Verschiebung der Funktion findet tatsächlich das neuronale Netz selbst. Wir könnten jetzt mal spaßesalber hergehen und sogar diese 0,1 hier rausnehmen. Jetzt haben wir eine Klammer zu viel. Nein, natürlich haben wir zu viel. Okay. Und mal gucken, was jetzt passiert. Gut, ich initialisiere nochmal neu. Mit ein bisschen Glück. Kriegt man das so gar nicht. Mal sehen. Das ist jetzt, unsere Sigma-I-Funktion ist jetzt sehr flach. Die ist sehr flach. Ah, sehr flach. Aber man sieht, der obere wird langsam kleiner. Der Bias wird größer. Also müsste sich auf 0,3, 0,9. Ja, also es ist schon, es ist nicht ganz 0,1, aber die Tendenz kommt auch hin. Also mit diesem adaptiven Bias können wir sogar mit einer falschen Temperatur arbeiten, sprich mit einer falschen Einstellung der Steilheit unserer Kurve. Und es funktioniert trotzdem noch. Also dieser Bias, der sich adaptiert und der mittrainiert wird, der ist ein genialer Trick, der unsere neuronale Netze sehr, sehr viel besser macht. Okay. Die Idee vom Tutorial ist, dass Sie das tatsächlich nachprogrammieren. Also setzen Sie sich bitte jetzt nochmal Video Stopp und setzen Sie sich hin und programmieren Sie das in Ihrer Programmiersprache komplett selber nach. So funktioniert Lernen mit Verstehen, dass man es selber macht. Wenn Sie es nicht hinbekommen, dann schauen Sie sich nochmal das Video an und probieren es dann nochmal. Und verstanden haben Sie es erst dann, wenn Sie das selber programmieren können, ohne zwischendrin das Video anzugucken. Vorher dürfen Sie nicht aufhören, das zu probieren, schlicht und ergreifend. Aber das kriegen Sie hin, da habe ich kein Problem. Ich habe es auch hingekriegt, dann kriegen Sie es auch hin. Wir haben noch ein paar kleine Themen hier im Tutorial zu besprechen. So einfach geht es. Allerdings schön ist natürlich was anderes. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt doch noch eine andere Art der Emmerkierung zeigen. Und zwar unsere Hauptplattform für Deep Learning heißt ja nicht umsonst TensorFlow. Intelligenterweise implementiert man solche neuronale Netze mit Hilfe von Tensoren und Tensor-Arithmetik. Ein Tensor ist einfach ein mehrdimensionales Array. Und das schauen wir uns jetzt mal auch in einem ganz einfachen Beispiel an. Wie das dann aussieht, nämlich viel einfacher und viel eleganter. Und vor allem, das ist für uns wichtig, am Schluss viel, 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 viel schneller. Okay, einen Moment. Dann schauen wir mal, wie man mit Tensoren so ein neuronales Netz einfacher trainieren kann. Okay, wir haben ja schon eine ganze Menge gemacht. Also das brauche ich nicht mehr erklären. Ich habe hier wieder meine Trainingsdaten. X-Train, Y-Train fürs Oder. Ich mache wieder meine Gewichte W und mein Bias. Ich habe es jetzt mal auseinandergerissen, weil man das tatsächlich sehr schön auch auseinandergerissen hinschreiben kann. Und ein Unterschied ist noch mit dabei. Ich schreibe die Gewichte jetzt als Zeilenvektor hin. Sie werden gleich sehen, warum. Für unser neuronales Netz brauchen wir wieder die Sigmoid-Funktion. Also 1 durch 1 plus Y minus X. Ich mache gleich durch 0,1, weil das haben wir gesehen, das ist ganz gut. Okay, und jetzt kommt der Trick. Ich habe dir mal hingeschrieben, etwas frech. Das geht einfacher, wenn man etwas Mathe kann. Nämlich, was ist Tensor-Mathematik? Das sind die Regeln, wie man mit Matrizen rechnet. Mit eindimensionalen, zweidimensionalen, dreidimensionalen Matrizen kann man rechnen. Und Sie kennen die Regeln wahrscheinlich noch aus der Schule. Aber ich erkläre es hier, oder ich zeige es Ihnen hier nochmal ganz kurz. Also zwei Matrizen kann man multiplizieren, wenn die erste Matrix, hier die A-Matrix, genauso viele Spalten hat, wie die zweite Matrix Zeilen hat. Und dann kommt diese C-Matrix raus. Warum muss das so sein? Weil das Produkt wird so gebildet, dass dieser Wert hier multipliziert wird mit dem Wert, dann dieser mit dem und dann dieser mit dem. Und dann werden die alle drei zusammengezählt und das gibt dann den hier. Und so kann man das eben mit allen Kombinationen aus Zeilen und Spalten machen und bekommt dann eine Matrix, die hat so viele Spalten, wie die zweite Matrix Spalten hatte. Und die hat so viele Zeilen, wie die erste Matrix Zeilen hat. Genau, jetzt schauen wir uns mal unsere Tension an, also unser W-Tensor. Das ist ein 1x2 Array, ein Zeilenrektor. Unser Trainingsdatensatz, das ist ein 2x4 Array und wenn wir jetzt mal schauen, was ein Muster ist, dann war das XTRN,1, das erste Muster. Das ist ein Spaltenvektor, das ist ein Spaltenvektor. Wir haben einen Zeilenvektor und einen Spaltenvektor und die müsste ich doch eigentlich miteinander multiplizieren können, oder? Wenn ich schreibe W mal XTRN1, die kann ich miteinander multiplizieren. Ja, weil mein W hat genauso viele Spalten, wie mein Trainingsdatenvektor Zeilen hat. Und deshalb kann ich das miteinander multiplizieren. Und denken Sie zurück an die letzte Implementierung, was dahinter steckt, ist genau das gleiche, wie das, was wir vorher hingeschrieben haben. Ja, weil wir rechnen jetzt das erste W mal das erste von dem plus das zweite W mal das zweite von dem. Und die Summe, das ist genau das, was wir das letzte Mal hingeschrieben haben. Nur, wenn man das in Tensoren denkt und in Matrixarithmetik denkt, dann kann ich das so hinschreiben und das ist deutlich kürzer. Vor allem, das ist natürlich das Wunderschöne dran, es ist jetzt egal, wie groß die Dinger sind. Ja, für zwei kann ich das ja noch hinschreiben. Aber wenn Sie irgendwann mal 1000 Neuronen haben, dann wird es langsam umständlich. Wohingegen diese Vektorarithmetik, die wir hier stehen haben, die geht immer. Ja, die können beliebig groß sein. Das gleiche kann ich machen, wenn ich jetzt noch einen B habe. Also ich kann sagen, B mal XTRN. Ich nehme mal nicht 1, weil, ja doch, nehmen wir mal 1, das wäre gar nicht schlecht. Komma 1 plus B. Ich schreibe mal sicherheitshalber Punkt plus B, also elementweise B dazu addieren. Das geht auch noch. Ja, das geht natürlich auch noch. Ich habe, mein Ergebnis ist ein Vektor, eine 1 mal 1, eine 1 mal 1 Matrix. Und jetzt habe ich einen B und dieses B kann ich dadurch dazu addieren. Wenn ich mehrere Ergebnisse habe, hier, dann muss auch mein B aus mehreren Werten bestehen. Das heißt, wenn ich mehrere Outputs hätte, dann müsste mein Bias Vektor auch genauso lang sein, wie ich eben Outputs habe, weil ich für jeden Output ein B bekomme. Und deswegen schreibe ich hier gleich dieses Elementweise davor, weil diese Formel, die funktioniert jetzt auch wieder für beliebig viele Neurone. Ja, also genau kurz und knapp hingeschrieben und funktioniert für beliebig viele Neurone. Das heißt, ich kann jetzt meine Vorwort-Funktion anders schreiben. Vorwort von x, w, b ist nichts anderes als unsere Sigmoid-Funktion angewendet auf w mal x plus b. Und jetzt kommt wieder das schöne Julia ins Spiel. Ich mache hier noch einen Punkt dazwischen. Das ist wieder der Broadcast-Operator, der mir sagt, elementweise, also halb x, w mal x. Also hier rechne ich w mal x. Das ist jedes mit jedem multipliziert, zusammen addiert. Und dann für jedes Output, das b dazu addiert, elementweise. Und Sigmoid-Punkt heißt, wende jetzt auf jedes Element des Vektors, der da rauskommt, die Sigmoid-Funktion an. Also auch das funktioniert jetzt wieder für beliebig viele Output-Neurone. Wenn ich 10.000 Output-Neurone habe, ist das trotzdem die Implementierung für 10.000 Output-Neurone. Muss ich keine Schleifen hinschreiben oder sonst irgendwas. Elegant, oder? Ich würde sagen, das ist elegant. Das heißt, ich kann jetzt hier ausführen, vor, vor, jetzt probieren wir mal, ob das auch geht. Für x nehme ich, xn, die erste, das erste Pattern, b, b, okidoki, forward-modified. Und, ja, ich habe es nicht ausgeführt, ok. Inf kommt raus, das ist schlecht. Da stimmt irgendetwas nicht. Da darf eigentlich nicht Inf rauskommen. Ist Sigmoid falsch? Ja, Sigmoid ist falsch, ok. Sigmoid ist falsch. Sorry. Ich schreibe da ganz gerne aus Versehen ein Minus rein. Ja, jetzt ist es wieder die 0,5. Ja, für 0 muss Sigmoid 0,5 liegen. Also das ist die Definition unserer Forward-Funktion, wenn man das schön hinschreibt, in TensorFlow-Weise. Und, eben wie gesagt, das geht für beliebig große neuronale Netze, für beliebig große Schichten, bleibt das die Implementierung. So, jetzt kommt aber noch was. Da habe ich wundert, wie geht mit dem ganzen Tensor? Wir haben jetzt, gehen wir mal hier hoch, wir haben jetzt im Prinzip ein W, das ist eine Zeilenberg, eine Zeile. Und wir haben ein B, das ist eine Spalte. Wäre es möglich, das Ganze zu rechnen, wenn B mehrere Spalten hat? Ja, logisch. B muss nur so viele Zeilen haben, wie A Spalten hat. Aber B darf eine beliebige Zahl von Zeilen haben. Das heißt, Ich gebe jetzt nicht ein Muster rein, in mein Vorwort, sondern ich gebe in mein Vorwort die ganze Matrix rein, mit allen vier Muster. Was kommt raus? Jetzt kommen alle vier Ergebnisse raus. Ja, ich implementiere mit dieser einen Zeile drei ineinander verschachtete Schleifen. Ja, die Schleife über die Zielneurone, die Schleife über die Quellneurone und die Schleife über viele Muster. Und das geht alles mit dieser einen Zeile. Und jetzt sagen sie, naja, gut, der mit seinem Schuljahr. Das ist ja nur eben anders hingeschrieben. Unter der Haube passiert da ja genau das Gleiche. Unter der Haube müssen da ja die ganzen Schleifen wieder aufgerollt werden. Und müssen ja alle wieder einzeln durchlaufen werden. Weil irgendwie muss das ja der Computer berechnen. Genau das ist falsch. Denn jeder, der ernsthaft neuronale Mitze trainiert, der macht das nicht auf der CPU hier, sondern der hat Arithmetikprozessoren. Und günstigerweise hat er sogar eine GPU, so eine Grafikkarte. Und die Grafikkarten, die können genau das rechnen. Die Grafikkarte, die kann so eine Matrixmodifikation in Hardware in einem Ding rechnen. Was bedeutet, ich schreibe das hier nicht nur so hin, so knapp, sondern die Grafikkarte rechnet das genauso knapp in einem Ding. Und deshalb ist das so schnell. Ich kann, ja, wenn ich hier in dem Fall vier Patterns auf einmal rechne oder in einem großen Datensatz 256 oder 1000 Patterns auf einmal rechne, dann wird die Vorwortfunktion für alle 1000 Patterns, für die ganze Matrix, in einem Satz, in einem bis sozusagen von der Grafikkarte abgerechnet und ist sofort das gesamte Ergebnis da. Also dadurch, dass unsere Hardware diese Tensor-Arithmetik direkt machen kann, ist diese Schreibweise hier nicht nur schön hingeschrieben, sondern die ist auch in der Ausführung so grob den Faktor 1000 Mal so schnell, wie wenn sie das ausführlich objektorientiert hierhin ausführlich mit Schleifen und mit schönen drumherum hinschreiten. Deshalb, wer neuronale Netze selbst implementiert, der tut gut daran, sich ein bisschen in die Tensor-Arithmetik einzuarbeiten, um das dann so hinschreiben zu können. Das ist, dann ist es eben diesen berühmten Faktor 1000 schneller. Ja, das Training kann man jetzt genauso elegant hinschreiben. Ja, ich brauche mein Delta. Ja, mein Delta ist nichts anderes als Y-Training. Der ganze Vektor für alle Muster. Elementweise ziehe ich davon ab, Forward, das was ich da oben stehen habe. X-Training W-D. Das sind meine Deltas. Ja, direkt eine Zeile hingeschrieben. Der Loss ist wieder wie üblich. Der war vorher auch schon schön. Abs 2. Nur jetzt macht es Sinn. Delta. Das ist der Loss. Die Summe aus den Quadraten der Deltas. Also, wieder sehen wir, wie schön knapp man sowas implementieren kann. Jetzt fehlen uns nur noch unsere Delta Ws, die wir fürs Training brauchen. Also, erinnern wir uns, wie berechnen wir das Delta W nach der Lernregel, nach der Vitro-Vorp-Regel. Wir müssen den Fehler am Output-Neuro nehmen und mit dem zugehörigen Input, das durch ein bestimmtes W durchläuft, multiplizieren. Jetzt machen wir das natürlich nicht mehr einzeln, sondern wir versuchen das gleich in einem Satz zu machen. Also, sprich, unser Delta so zu multiplizieren, dass wir gleich beide Ws auf einmal bekommen. Also, wir multiplizieren es mit dem Input-Vektor. Und natürlich wollen wir es auch noch gleich so formulieren, dass wir es nicht mit dem einen Input-Vektor multiplizieren, sondern gleich mit allen auf einmal, also mit der ganzen Matrix. Schauen wir uns noch mal unsere Matrix der Trainingsdaten an. Das war die 2x4-Matrix. Unser Delta für alle vier Trainingsmuster besteht dementsprechend aus vier Werten. Das sind jetzt wieder die Zufallszahlen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Delta mit unserer Trainingsmatrix multiplizieren. Das geht natürlich nicht. Das ist auch logisch, weil wir haben ja unsere Ws mit der Trainingsmatrix multipliziert, um quasi vorwärts zu rechnen, von oben nach unten. Wenn wir jetzt von unten nach oben rechnen, dann müssen wir die Trainingsmatrix transponieren. Schauen wir uns mal an, wie die aussieht. Das kann ich einfach mit dem Hochkomma-Operator hier machen und bekommen die transponierte Matrix. Und die ist jetzt genau rumgedreht. Das bedeutet, wir haben jetzt eine 4x2-Matrix und jetzt passt das wieder. Ja, Delta mal xtrn können wir rechnen. Also, wenn wir trainieren wollen, müssen wir unsere, die Matrix, unsere Input-Werte transponieren und können dann rechnen, Delta W gleich unsere Fehler mal der transformierten Input-Matrix und wir bekommen unsere beiden Deltas raus. Ja, das ist jetzt unser Delta W1 und unser Delta W2. Das Training ist jetzt wieder billig. Ja, das heißt, wir nehmen die Gewichte, die wir haben. Die Gewichte sind in dem Fall eben der Vektor der W1 und W2 enthält und können dann einfach sagen, plus gleich Delta W oder günstigerweise noch mal unsere Lernrate, die vielleicht relativ klein ist. Und Sie sehen, das funktioniert auch. Also, auf die Art und Weise können wir das jetzt umsetzen. Ich habe ja schon mal die Drehen-Funktion vorbereitet und da schreibt man jetzt das einfach rein, da schreibt man einfach rein, Delta W ist gleich Klein-Delta mal der transponiert. Dann unsere Gewichte Lernrate Eta mal Delta W. Das gleiche müssen wir jetzt für die Bayes machen. Ich hatte ja die Bayes rausgenommen aus dem Vektor der Gewichte, um das ein bisschen eleganter noch zu haben. Also müssen wir jetzt wieder unsere Delta Bs berechnen. Das geht natürlich ganz genau gleich. Nur, dass ich jetzt gar keinen Input dazu brauche, sondern meine Delta Bs sind ja einfach also die Inputs sind ja einfach immer eins vom Bayes, wie man rechts noch angemalt sieht. Deshalb genügt es hier, wenn ich einfach die Summe über alle Muster rechne. Ich addiere einfach die Deltas für alle Trainingsmuster zusammen und das ist genau die Summe meiner Delta Bs, weil mal eins kann ich weglassen. Und dann kann ich da entsprechend schreiben B plus gleich wieder Lernrate Eta mal meinen Delta B. und das ist es. Ja, ich führe es einmal aus, es wird eine Trainfunktion angelegt, Julia Internals dazu, das wird hier noch nicht kompiliert, sondern hier wird nur der abstrakte Syntaxbaum jetzt gebaut, wenn ich das ausführe. Kompiliert kann die Funktion noch nicht werden, weil ich ja noch keine Typen habe für meine Parameter. Das heißt, Julia Compiler weiß ja noch gar nicht, welche Typen es hier gibt. Damit Julia so schön schnell sein kann, wie wir es gewohnt sind von ihm, muss es aber irgendwann richtig kompilieren und das macht Julia genau dann, wenn es die Funktion zum ersten Mal ausführt. Also wenn ich jetzt hier die Funktion zum ersten Mal ausführe, dann übergebe ich ja konkrete Variablen, konkrete Objekte für meine ganzen Übergaben Parameter. Das heißt, dann weiß Julia welche Typen es hier braucht und dann wird Julia diese Funktion kompilieren und die kompilierte Version dann auch abspeichern und immer wieder benutzen. Das heißt, die wird nur einmal kompiliert. Bei der ersten Ausführung kommt die Compile-Zeit mit dazu. Das dauert manchmal ein bisschen, wenn man große Methoden hat, brauchen die eventuell zum Kompilieren eine Weile. Dann danach ist die Performance aber wie bei einem kompilierten C-Programm. Das ist der Grund, warum Julia in der Ausführung so schnell ist wie C. Abzüglich der ersten Ausführung, das ist eben die Compile-Zeit. Die braucht man aber wenn man C schreibt auch, dann muss man eben vorher kompilieren. Das schenkt sich letzten Endes nichts. Okay, wenn ich dann nachher die Funktion mit anderen Parametern aufrufe, die einen anderen Typ haben, dann macht Julia ganz pragmatisch das Neiliegende und das Ding nochmal und speichert sich beide binäre Versionen ab, damit es beide benutzen kann, je nachdem was es braucht. Okay, jetzt geht es aber los. Wir probieren mal mit Etta gleich 0,1 unser Train aufzurufen, wenn ich alles richtig gemacht habe, kommen zumindest vier Werte raus, also für 0,0, 0,1, 1,0, 1,1 und das Ganze sollte ein Oder sein, das ist jetzt natürlich noch nicht trainiert, aber ich doch gibt ein Oder ich muss es nur oft genug machen ja also ich bin jetzt eins runter gesprungen wo ich das Ganze 100 Mal mache und dann sehen Sie nach 100 facher Ausführung bekomme ich 0,1,1 und nochmal 100 wird es immer besser 0,1,1 also funktionieren Schauen Sie sich diese Implementierung nochmal in Ruhe durch probieren Sie es selber mal zu machen auch für Ihre Übungsaufgabe können Sie es mit einer Implementierung machen weil es ist nicht nur kürzer hingeschrieben sondern wie gesagt das ist die Art der Implementierung die eben tatsächlich die GPUs auch nutzt hier nutzen wir es noch keine GPU oder brauche ich das ja nicht unbedingt in der nächsten oder übernächsten Vorlesung zeige ich Ihnen auch wie man sowas dann auf die GPU bringt das geht Ihnen ja ganz ganz einfach ich muss am Code überhaupt nichts ändern ich kann den Code einfach direkt auch auf die GPU schmeißen muss nur Judah sagen dass es auf die GPU soll ok das ist der ganze Trick Tenzo Arithmetik wie gesagt noch mal anschauen und viel Spaß damit oh wie schön ist Panama an das Buch habe ich denken müssen als ich diese Folie gemacht habe also vergessen Sie nicht wie schön die Tenzo Arithmetik ist wenn Sie sie nicht schön finden dann beschäftigen Sie sich noch ein bisschen damit so lange bis Sie sie schön finden weil sie ist schön sie ist nicht nur schön sondern sie ist auch nötig denn diese GPUs so wie sie da unten eine dargestellt sehen die haben eben in diesem Fall hier zum Beispiel über 40.000 Kerne und über 5.000 dieser Tensor Cores die diese Tensor Operation für uns machen und die sind eben den Faktor 1000 etwas schneller als normale CPU das rechnen kann und wenn sie das nicht machen und wenn sie das nicht so implementieren dann sind sie ein Faktor 1000 langsamer und dann braucht ihr neuronales Netz zum Training nicht eine Stunde sondern braucht 1000 Stunden und das ist ein ganzer Monat das heißt ohne dieses denken können sie große künstliche neuronale Netze schlicht und ergreifend nicht machen deshalb freuten sie sich damit an und solange wie sie sich daran freuen auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen formal und ein bisschen mathematisch klingt es lohnt sich sie brauchen es wenn sie professionell richtig künstliche neuronale Netze machen wollen voll plug r ... ... ... ... ... ... ... ...